Willkommen zurück hier bei Killzone Shadowfall. Wir befinden uns in einer geheimen Base immer noch und wir haben gerade eine ziemlich heavy Wellenabwehr hinter uns und wir müssen hier weiter. Das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Ah, so bleibt es offen. Okay. Willst du mich verarschen? Scheiße. Das war Tyrant. Alter, nein, du Pisser. Scheiße, was hat der denn für ein Schutzschild? Nein, 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 nein. Bosskampf vom Feinsten. Scheiße. Von wo? Was? Was hat der gesagt? Ich verstehe. Alter, was war das bitte? Was? Diese Drohnen? Ey, da geht es runter. Scheiße. Lass mich doch in Ruhe, ey. Also. Ich muss mal überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Ihr habt ja eine Drohne dabei, die ihn die ganze Zeit auflädt. Oh, shit. Hallo. Ja, ich will das ja. Ich habe nur scheiß Waffen dabei gerade. Ich würde das echt gerne wollen. Und jetzt sollte das vielleicht funktionieren? Oh, nee. Alter Schwede. Okay, sie wissen nicht, dass sie dabei ist, offenbar. Nachladen. Nachladen. Zielen. Kronen. Jetzt geh doch mal endlich kaputt. Der hat nur Teleporter, der. Oh, der Sack. Gibt es auch in Multiplayer, würde ich jetzt mal erwähnen. Oh. Wo ist er jetzt wieder? Die Jagd-Saison ist eröffnet. In Frankreich. Alter. Alter. Das gibt es doch gar nicht. Scheiße, 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 scheiße. Was für eine Geduld braucht man für dieses Spiel. Also, komm. Lad Checkpoint. Los. Schneller. Ja, ich muss hier die Drohne nutzen. Alter. Lass mich in Ruhe. Alter, der muss immer so. Boah, schon wieder. Ich hasse Drohnen. Wollte ich nur mal so. Das ist oben. Die sind jetzt in die Luft. Die sind jetzt in die Luft. Du. Da habe ich keine Munition mehr. Und da muss ich nachladen. Jetzt. Mach den schon down. Nein. Geht doch. Nein, jetzt ist schon wieder ein Drohne. Ah, Not-Teleporter schon wieder. Und Adrenalin aufnehmen. Und eine Impulsgranate. Genau. Bevor diese scheiß Spinnen kommen. Jetzt schickt er Spinnen, oder was? Habe ich jetzt die richtigen? Ja. Sorry. Ich muss ausweichen, aber... Ich brauche eine... Echte Waffe, wollte ich so... Ah, da kann man nicht weiter. Ohoho. Hallo. Geheimer Raum. Hm. Hallo, Pistup. Ja, genau. Mann, du bist aber eine zuverlässige Drohne, muss ich schon sagen. So, mit der... Ah, eine Comic-Seite. Super. Äh, anschauen. Sehr tragisch. Ähm. Äh, 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 äh. Ah, äh. Amnischen. So, mein lieber Tyron. Wo bist du? Zeit zu sterben. Okay. Wo bist du? Da hinten ist er. Nein! Oh, nein! Oh, ho, ho. Nein, ich darf jetzt nicht sterben. Das ist jetzt echt blöd, ne? Nein! Nein! Da hinten ist er. Meine Güte. Wie viel schickt er noch von diesen Scheißdingern? Ja, was ist das? Ist er jetzt endlich tot? Oh, das geht's doch gar nicht. Wie hält man es auf? Reden Sie! New Helgan ist nur eine Fantasie erdacht von Feiglingen und Verrätern. Aufwachen! Die Raffel! Die Fantasie endet hier. Für euch alle! Diese Invasion kostet euch alles! Sie erleben das nicht. Oh. Bitte melden! Ende! Ja, ich höre dich. Bitte. Wir müssen umkehren. Wir haben keine Chance. Zu spät. Ist sie noch bei dir? Das heißt dann wohl, ja. Du hast den Blick für das Wesentliche verloren. Das habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Stahl hat die Waffe. Jetzt kann ich ihn aufhalten. Du läufst in eine Falle. Die Würfel sind gefallen. Sir! Schade. Wenn wir Stahl finden, endet das hier. Scheiße. Das wird eine ganz schön bremsliche Sache. Ah, kann ich jetzt... Ach, gut. Scheiße! Äh. Muss wohl so sein. Habe ich hier denn eine Waffe, eine normale? Scheißendreck. Was ist die? Ah! Ohne Vision nix. Ach du Scheiße! Ah, das ist krass. Ah! Ich bin jetzt gerade ein bisschen im Puff von dieser Abendsprache. Das gibt doch gar nichts. Das Ding, der überhaupt nicht auf ihn hört. Aber ich habe letztendlich wieder so kurz privat neu angefangen für mich. Und da merkt man schon, wie damals, als der Vater von Lukas den Helgas nur betäubt hat. Da war ja schon ein klein wenig aggressiv drauf, der Sinclair am Bord des Landschafts gehen. Und das fand ich irgendwie auch nicht so okay. Wir beide sind ausgestoßen. Vielleicht ist diese Gemeinsamkeit gar nicht so schlecht. Was heißt das? Was heißt das? Ach du Scheiße! Wir fangen dann los zu fliegen. Wir nähern uns zur Stahlsbasis. Stahlsbasis. Okay. Boah, die Stadt. Wie übel sieht das aus? Richtig übel. Und sie machen mobil. Schon wieder eine Invasion. Oh shit! Oh shit! Das Ding funktioniert wieder. Und es sind mehrere. Alter! Hey guck, was ist los? Oh shit! Stahl, setz die Waffe ein. Stahl, setz die Waffe ein. Gegen? Was zum Teufel? Geht hier ab. Und ich? Mich hat's nicht getroffen, oder was? Moment! Scheiße! Hab keine Kontrolle! Was war das jetzt von der Waffe, bitte? Alter! Was geht ab? Echo, Kallen hier. Sind Sie okay? Echo, hören Sie mich! Wo bin ich? Ich muss ausweichen. Okay. Und es ist ganz leise. Ich werde irgendwie nach oben transportiert. Wahrscheinlich liegt es an diesen Brunnen da. Diese Gravitationsbrunnen. Und das ist ein übergroßer Brunnen, oder was? Okay. Oh oh. Oh, oh, ausweichen! Ausweichen, 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 ausweichen. Sonst kriege ich da rein. Was? Alter! Wie kann ich da ausweichen, bitte? Was, 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 was? Ah, ich kann ja schießen! Achso. Ich kann ja jetzt nach oben. Okay, aber ich komme jetzt so langsam vorwärts. Ist ja unglaublich. Hallo? Schubi ist doch ja L3, oder? Gott, geht das langsam? Ist das normal? Achso. Ah, geht doch. Ich muss weiter raussteigen irgendwie. Darunter. Ah, da kann ich mich nicht drauf. Okay. Da unten. Wow. Ihr müsst sterben. Ich fack mich sowieso mit, was der da schießt. Hat der voll die Bordkanone an Bord? Also am, um seinen Anzug da, seinen Raumanzug, was auch immer, dass er da an hat. Ist immer noch die größte Frage. Und wo muss ich hin? Da. Töten. Heißt T töten? Nee, T heißt, ich muss einfach da hin, oder so. Und landen. So. Ah. Ja, cool, dass ich gegen die Wand schieße. Ah, es ist fast, beinahe schwere Musiker hier. Alter, ich werde sterben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Und jetzt stört es sich zu Boden. Wieso? Das erklärt mir wieder niemand. Alter Schwede. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder tot. Mann. That's not cool. Schon der Kampf gegen Tyron war das nervig. Nach oben. Alter, wieso schieße ich mich selbst an? Da oben? Versteht das jemand? Bitte? Versteht das jemand? Was mach ich? Was, was, was sehe ich nicht? Was sehe ich da nicht? Mann. That's not nice. That's not nice. Schon jetzt greifen die mich an. Dann bleibe ich halt hier hinten und greife von hier hinten an. So. Ah, da kommt eine Rakete. Puh. Und der kann einfach so laufen. Was hat der? Gravity Boots? Hey, wieso stirbt der nicht? Geht doch. Und dann gibt's noch das Teil. Ich hoffe, der ist jetzt down. Ah, offenbar nicht. Aber sie sieht mich nicht. Was ist das Ziel? Da unten. Ziel ist da oben. You're kidding me. Dann ab nach oben. Ah, geht doch. Ich dachte schon, was geht hier jetzt ab? Und ich... Muss ich wieder weiter? Ne, ich kann jetzt endlich da durch. So. Frag mich, was das für Türme sein sollen. Genau. So. Ne, das sagten sie halt. Das haben sie eigentlich gesagt. Das sind so Fördertürme. Aber... Wie sie dieses Petrusid fördern... Das würde mich mal Wunder nehmen. Du, 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 du. Ah, hier ist ein Lüftungsschacht. Und ich muss hier da gut rumschauen. Nicht, dass hier da diese... Blöde Minen rum... Sind. Rum sind. Oh, scheiße. Ich bin fast runtergerutscht. Geht's tief runter? Ja, ich glaub schon. Okay. Mal nach oben. Oh, neuer Krieg bricht aus. Wir sind hier oben. Das ist echt, äh... Ja. Nicht angenehm. Ist das ein Fallstuhl? Oh. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. What the... Fuck. Ist das bitte? Falt die Waffenkammer. Oh mein Gott. Wuhuhu. 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 Waffen. 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 Ähm. Ja, was... Oh. Oh, ne. Das... Comics-Seite. War irgendwo dazwischen... Ah, da oben versteckt wahrscheinlich. Äh, äh, äh. Äh, Adrenalin. Adrenalin. Und, ja. Die EU-Kunstgranate nehme ich auch mit für den Fall. Nur für den Fall. Und, äh... Alter, wie übel ist das bitte? Ich muss das mir nochmal anschauen. So. Krass. Oh. Schönes Logo. Oh, oh. In der letzten Stunde wurde eine mektanische Flotte auf dem Weg nach Ega angesichtet. Wie es scheint, missachtet der Fallen Kanzlerin Vizaris eindringliche Warnung und plant einen Angriff auf unsere Heimat. Das bedeutet, wir haben Krieg mit Mechtern. Nein. Oh. Nicht schon wieder. Ah, das war ein Aufzug. Stahlzeichen. What the fuck? Alter. Drohne, hilf mir. Also, die... Naja, die Waffe ist schon krass, irgendwie. Und die lässt auch Schilder auf, ne? Puh. Da. Alter, wieso? Mal nachladen. Geht doch. Da war wahrscheinlich noch geschützt. Was haben die vor? Ich muss sehen. Ups. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie lange die Folge wird. Ups. Und es wird Zeit, sie zu beenden. Tut mir leid, Leute. Es geht weiter in der nächsten... Ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schilder. Untertitelung des ZDF, 2020